Hallo bei Loaning Level Up. Unser Thema ist der Nachweis von Wasser. Wenn Wasser nachgewiesen werden soll, verwendet man Kupferzweisulfat. Für den Versuch werden als Materialien ein Urglas und eine Pipette benötigt. Als Chemikalien sind bereitzustellend Wasser und Kupferzweisulfat. Nun kommen wir zur Versuchsdurchführung. Ein Spatel Kupferzweisulfat, welches im trockenen Zustand eine weiße und geruchslose Substanz ist, wird auf das Urglas gegeben. Danach werden mit Hilfe der Pipette einige Tropfen Wasser auf dem Kupferzweisulfat verteilt. Man kann beobachten, dort wo das Wasser auf das Kupferzweisulfat droppt, wird das weiße Pulver dunkelblau. Außer der Farbe ändert sich auch die Temperatur, was man feststellen kann, wenn man das Urglas von unten anfasst. Im Ergebnis kann man also feststellen, dass das wasserfreie Kupferzweisulfat bei Wasserzugabe unter Wärmeabgabe zu Kupferzweisulfat-Pentahydrat reagiert. Wichtig ist zu beachten, dass für diese Reaktion keine Aktivierungsenergie notwendig ist. Das heißt, die chemische Reaktion beginnt sofort. Entsorgt wird das Kupferzweisulfat-Pentahydrat im Abfallbehälter für Schwermetalle. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Wenn Wasser nachgewiesen werden soll, verwendet man Kupferzweisulfat. Dort, wo Wasser auf das Kupferzweisulfat tropft, wird das weiße Pulver dunkelblau. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, auch zu anderen Nachweisreaktionen, dann schaut doch in unsere Chemie-Playlist. Unsere Lernvideos könnt ihr übersichtlich abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up!